Hallo und willkommen bei Watchmax's Kaffeepause. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, eine Kaffeepause, da erzähle ich immer ein kleines bisschen von dem, was gewesen ist, was ich plane. Und manchmal mache ich auch Fragen und Antworten. Interessante Fragen, die ich über die Zeit in meinen Kommentaren, Mails oder anderen Kontaktmöglichkeiten hatte, um sie allgemein zu beantworten. Fangen wir erstmal mit dem allgemeinen Teil an. Ich muss sagen, ich bin im Augenblick unglaublich zufrieden und glücklich mit dem, was auf meinem Kanal passiert. Nicht nur, dass ich eine Uhr geschenkt bekommen habe. Das alleine ist ja schon ein Grund, sich ein ganzes Jahr lang zu freuen. Wenn ich eine Uhr von einem Zuschauer geschenkt bekommen habe, einfach grandios, unglaublich toll. Finde ich eine solch tolle Sache, dass ich euch wahrscheinlich schon mittlerweile nerve damit, aber es ist eben so. Ich freue mich darüber so dermaßen. Dann hat mir diese Uhr eine komplett neue Marke eröffnet, die ich so bisher gar nicht auf meinem persönlichen Radar hatte, nämlich Hanhardt. Wie es der Zufall wollte, hatten wir mit dem Sinnenuhren- und Technikforum ohnehin einen Stammtisch on Tour geplant. Und der führte uns zu Hanhardt, sodass ich in einer ganz starken zeitlichen Nähe das Werk von Hanhardt anschauen konnte. Und ich war sehr beeindruckt. Hanhardt hat eine sehr große Fertigungstiefe, unglaublich nette Leute, sehr bodenständig und zudem auch hochinteressante Uhren, mit deren Design ich mich zunehmend mehr anfreunden kann. Insofern war das schon richtig klasse. Es kommt auch jetzt sehr zeitnah eine kleine Serie von mir über Hanhardt. Marke, Hintergrund, Uhren, Portfolio. Ich werde einige Uhren vorstellen. Also da dürft ihr euch auf einiges freuen. Dann ist ein Projekt Realität geworden, was schon über ein halbes Jahr in der Vorbereitung war. Und zwar die Uhr mit meinem Logo. Ihr könnt das hier sehen. Das ist die ProTrail Sand, die ich letztes Wochenende in den Verkauf geben durfte. Und deren 13 Stück, diese Uhr ist limitiert auf 13 Stück, waren auch innerhalb von rund 48 Stunden komplett ausverkauft. Alle 13 Stück. Also 12 im freien Verkauf. Eine habe ich mir reserviert. Finde ich grandios. Will ich euch auch ein herzliches Danke für sagen, dass ihr so interessiert wart an der Uhr, obwohl mein Logo da drauf war. Es ist die ganz normale Zirko da gewesen. Dann möchte ich gern ein paar Fragen besprechen, weil sie entweder immer wieder hochkamen. Oder aber, weil ich sie als wirklich spaßig und lustig empfand, ohne das im Bösen zu meinen. Gehen wir auf die erste Frage ein und die bezieht sich auf zwei Marken. Ich höre immer wieder, sei es per E-Mail, Instagram-Message oder auch in den Kommentaren, warum ich nichts zu Damasko mache. Oder mach doch mal was zu Damasko. Damasko wäre doch super interessant. Und warum ich so wenig zu steinhart mache. Fangen wir mit Damasko an. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich über einen relativ langen Zeitraum versucht, mit Damasko ins Gespräch zu kommen. Das sah so aus, dass ich Damasko angemailt habe, dass ich sie angerufen habe, dass ich mit der Leiterin im Marketing von Damasko gesprochen habe. Und bei jeder Kontaktaufnahme wurde mir gesagt, das kann sie nicht entscheiden, ob Damasko möchte, dass ich Videos über Damasko mache, die nichts kosten. Das müsse mit der Geschäftsleitung abgesprochen werden und man käme wieder auf mich zu. Und beim siebten oder achten Versuch mit dem gleichen Ergebnis, keine Antwort, kein Rückruf, keine Kontaktaufnahme seitens Damasko. Ich bin immer hinterher gelaufen, habe ich entschieden, dass ich nicht erneut nachhake, aber auch keine Uhr von Damasko mache, solange bis Damasko sich in irgendeiner Art und Weise geäußert hat. Das ist der Grund, warum ich nichts zu Damasko mache. Warum mache ich so wenig zu Steinhardt? Der Grund ist ähnlich, wenn auch im Detail etwas anders. Ich habe bei Steinhardt angefragt, ob sie mit mir zusammenarbeiten wollen in der Art und Weise, dass ich kostenlose Videos über Steinhardt-Uhren mache. Und man hat mir ganz klar gesagt, sie arbeiten nicht mit YouTubern zusammen. Das habe ich natürlich akzeptiert, auch wenn ich den Eindruck habe, dass sich das mittlerweile ein kleines bisschen geändert hat. Trotzdem fand ich das sehr fair zu sagen, wir machen es grundsätzlich nicht. Damit kann ich prima leben, damit komme ich super zurecht, wenn die sagen, wir machen es grundsätzlich nicht. Aber ich habe auch nicht so viele Steinhardt-Uhren in meinem Besitz bzw. in meinem direkten Umfeld, dass ich viele Modelle, ausgefallene Modelle und auch neue Modelle regelmäßig zeigen kann. Das ist der Grund, weswegen es bei mir so wenig Steinhardt zu sehen gibt. Dann bekam ich eine Frage bzw. es war sogar ein Anruf. Also ein Zuschauer von mir hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, meine Telefonnummer rauszusuchen und mich anzurufen, um mich dann zu fragen, warum denn auf Chronographen im Stopp-Segment, bei den Stopp-Totalisatoren häufig Zehntelsekunden-Markierungen angebracht sind, wenn doch aufgrund der Schwingung des Werkes die gestoppte Zeit nur eine Sechstel oder eine Achtelsekunde ist. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Da wäre es, glaube ich, günstiger, bei den Herstellern mal direkt nachzufragen, auch wenn ich mir denken könnte, dass der ein oder andere große Hersteller da auch keine Antwort drauf hat. Paket war was aufgewertet, ihr wisst das alles. Ich bin einfach unglaublich froh und glücklich, dass das so geklappt hat. Und dann habe ich unglaublich tolles Feedback bekommen zu einem neuen Format, was ich eingeführt habe. Geschichten von und mit Uhren. Die erste Geschichte war etwas schwer verdaulich, ein sehr ernstes Thema. Ich plane aber auch leichtere Themen, amüsantere Geschichten, vielleicht auch was aus meiner Familie zu erzählen. Es soll nicht alles so schwer bleiben. Das Feedback, was ich bekommen habe, war aber wirklich sehr positiv. Und das freut mich total, dass ihr so offen seid für Sachen, die ich ausprobiere. Ich weiß selber, dass das ein gewisses Risiko ist, wenn man nicht bei dem bleibt, was ohnehin gut ankommt. Und ich sehe natürlich an den Statistiken meiner Videos, was gut ankommt, was weniger gut ankommt. Und es wäre für mich, wenn ich mich ausschließlich auf Kanalwachstum und Klickzahlen fokussieren würde, viel leichter, immer nur das zu machen, was gut ankommt. Aber für mich wäre es langweilig und ich glaube auch, für viele von euch würde es irgendwann langweilig. Vielleicht würde es regelmäßig mehr neue Zuschauer anziehen. Aber ich glaube auch, es würde irgendwann die Stammzuschauer langweilen. Deshalb probiere ich viel mit neuen Formaten aus. Manche gehen in die Hose, das ist halt so. Manche kommen gut an und manche sind auch nur für einen bestimmten Kreis der Zuschauer. Aber damit kann ich prima leben, solange eh mir da nicht die rote Karte zeigt, werde ich das in der Form auch weiter ausprobieren. Dann habe ich noch eine Sache. Im Sommer letzten Jahres habe ich mir vier Wochen Urlaub genommen, vier Wochen gar kein Video veröffentlicht. Das hat für mich funktioniert. Das hat auch, glaube ich, für euch ganz gut funktioniert. Ich möchte es diesen Sommer trotzdem etwas anders machen. Ich möchte mir nicht vier Wochen komplett freinehmen und gar nichts machen. Aber ich möchte mir im Sommer trotzdem ein kleines bisschen Zeit nehmen, ein bisschen den Druck rausnehmen, jede Woche zwei Videos produzieren zu müssen. Ich möchte es mir erlauben, bis Ende August, das heißt acht Wochen lang, mir die Freiheit zu nehmen, einfach mal einen Sendetermin oder zwei Sendetermine ausfallen zu lassen. Das heißt, bis Ende August kann es sein, dass ich einfach mal mittwochs oder samstags kein Video veröffentliche. Vielleicht kommt dann spontan eins zwischendrin, das weiß ich noch nicht. Ab September möchte ich wieder in meinen zwei Videos pro Woche Rhythmus zurückkehren. Dann ist auch die Ferienzeit vorbei und dann schaut ihr wieder alle zu. Aktuell sehe ich an den Zahlen, dass sowieso weniger Zuschauen durch Urlaub, schönes Wetter, man ist mehr draußen, man schaut vielleicht noch nicht ganz so viel YouTube. Insofern werde ich etwas kürzer treten, aber keine komplette Pause machen wie letztes Jahr. Insofern wundert euch nicht, wenn mal der eine oder andere Sendetermin einfach ausfällt. Also ich fand das ganz amüsant, dass da bei mir als YouTube-Kanal angerufen wird, warum Hersteller eine bestimmte Skalierung machen, die nicht zum Werk passt. Ehrlich gesagt weiß ich natürlich, dass das so ist. Es ist mir aber nie auch nur im Ansatz negativ aufgefallen, weil mir ist eine Armbanduhr schlicht und ergreifend zu klein, um auf die Zehntel, Achtel oder Sechstel Sekunde genau ablesen zu können. Wenn es so genau sein muss, nehme ich das Handy. Ich fand die Frage amüsant, denn in gewisser Weise fühlte ich mich auch geehrt, dass man mir zutraut, sowas wissen zu können. Auf der anderen Seite kann ich natürlich solche Anrufe, wenn sie einmal die Woche vorkommen, beantworten. Wenn es mehr wird, muss ich sie dann auch etwas rigoroser abblocken, denn ich bin ja nicht die Auskunft Thai und der erweiterte Service von Uhrenherstellern, auch wenn ich über Uhrenvideos mache. Dann war noch eine Frage, warum ich keine Schweizer oder japanischen Uhren zeige. Die Frage kommt immer wieder, deswegen nochmal, ich konzentriere mich auf diesem Kanal, auf deutsche Hersteller, deutsche Marken. Das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Ich habe noch einen anderen Kanal eröffnet, Baumi, Uhren für kleines Geld. Da zeige ich Uhren aus aller Welt, allerdings Uhren mit einem Straßenpreis von unter 500 Euro. Da werden russische, chinesische, japanische, sofern möglich Schweizer und auch deutsche Uhren, wenn es denn geht, englische, französische, eben russische, Uhren aus aller Welt gezeigt. Die einen Straßenpreis von unter 500 Euro haben. Wenn ihr also bestimmte Uhren in dem Segment sehen möchtet, Vorschläge habt oder mir auch Uhren zum Filmen zur Verfügung stellen könnt oder wollt, das ist der Kanal, auf dem das stattfindet. Ja, wie geht es jetzt weiter? Hanhard, habe ich gesagt, kommt. Am Samstag geht es los. Voraussichtlich vielleicht auch erst Mittwoch. Dann werden die Uhren gezeigt. Es kommen einige Neuerungen dieses Jahr noch aus dem Hause Archimede. Auch das werde ich euch selbstverständlich sehr gerne zeigen. Vielleicht ist es auch noch ein etwas spezielleres Video mit Archimede. Das ist noch nicht komplett ausgegoren. Die Idee steht aber im Raum. Vielleicht mache ich noch etwas mit Guinan zusammen. Auch das werde ich eventuell dieses Jahr noch realisieren. Und mit etwas Glück kommen auch noch zwei Star Club Videos über zwei sehr unterschiedliche und zwei sehr interessante Uhren. Da bin ich gerade mit zwei Zuschauern in der Diskussion, wie wir das umsetzen können. Erste Aufnahmen sind gemacht. Auch darauf könnt ihr euch also freuen. Wenn ihr noch Ideen habt, was ich als Format machen könnte, was euch interessiert, jenseits der regelmäßigen Uhren Reviews, oder wenn ihr bestimmte Uhren habt, die ich mittel- oder langfristig zeigen könnte, ohne dass ich jetzt schon weiß, ob ich sie auch tatsächlich bekomme, um sie filmen zu können, schreibt mir all das gerne in die Kommentare. Ich schaue dann, was machbar ist. In diesem Sinne bleibt gesund. Erfreut euch an euren Uhren. Freut euch auf meine nächsten Videos. Gehört mir meine Pause. Bis dahin. Tschüss. Euer Axel.